So, hallo Muho, hallo, wie geht's? Ja super, heute am Heiligabend. Ja. Bei uns hat es geschneit, wie man sieht, so einen halben Meter. Ich habe wieder meinen dicken Pullover angezogen, meinen Lieblingspullover. Wir haben eine schöne Sonnenwende gefeiert vor zwei, drei Tagen. Also ordentlich mit Feuer oder so, Lagerfeuergrillen. Genau, das ist total schön gewesen, draußen im Schnee da, in der Feuerhütte bei uns und überall getrunken und heute heißt es nochmal den Baum schmücken und nett mit der Familie zusammen zu sein und so. Also der Weihnachtsmann, der kommt auch zu den Buddhisten oder wie? Der Weihnachtsmann kommt, auf so einer Lotusscheibe geschwebt und hat eine grüne Körperfarbe, über den wollen wir heute ja reden, über Amogasidhi. Der Nord-Buddha, wie heißt der im Sanskrit? Amogasidhi. Amogasidhi. Auf Japanisch, ich habe noch nie was davon gehört, aber Fuku Joju Nyolai bedeutet, nennt man den. Fuku Joju. Fuku bedeutet die Nicht-Lehre oder Nicht-Lehr, Joju bedeutet, dass sich etwas erfüllt oder so. Keine Ahnung, wie man das, oder kennst du die Bedeutung des Sanskrit-Namens? Und die unerschütterliche Kraft ist es auch hier. Unerschütterliche Kraft. Ja, und das ist aber auch der, die Tatkraft ist aber damit gemeint. Es ist nicht so, die Unerschütterlichkeit von Akshobia im Osten ist ja mehr so statisch, ja, also spiegelgleich. Du greifst nicht ein, du greifst nicht ein und bewegst dich nicht. Deswegen wird Fudum Joach, der Unbewegliche, genannt. Hier ist es aber so, grün, grüne Farbe, die grüne Tara zum Beispiel. Die wird manchmal dargestellt, dass sie ein Bein auf dem Boden hat. Also eigentlich im Aufstehen begriffen. Ja, ja. Das ist die Aktivität. Ja. Die unerschütterliche Kraft, die in Aktivität mündet. Ja. Und die Himmelsrichtung ist der Norden. Mhm, mhm. Die Furchtlosigkeitsgeste wäre das Mudra. Also wenn man einen Buddha sieht, der meistens so da sitzt. Ah, ja, ja. Der braucht keine Angst zu haben. Genau, keine Angst. Steht aber auch für Abgrenzung. Also wenn Dinge auf einen zukommen, heißt es ja nicht immer irgendwie klein beizugeben und die andere Backe hinzuhalten, sondern auch so gesagt bis hierhin und nicht weiter. Das könnte auch eine Aktivität sein, je nachdem. Also, also. Aber es ist der Schritt in den Alltag hinein, ja. Also wirklich auch was tun. Ja. Das findest du denn auch in den Kohans wieder, also weil du die letzten Male ja auch gefragt hast, welches Kohan könnte man dazu und das sind die Kohans, wo wirklich was getan wird. Also wo wirklich was passiert. Ja, ja. Ich habe hier noch den Doppelwatschra, ist das Symbol im tibetischen Buddhismus. Also Watschra ist ja dieser Donnerkeil, der wird manchmal auch über Kreuz dargestellt. Bei uns auf dem Hof ist da so eine alte Grabsteinplatte mit so einer Gravur, da ist der Doppelwatschra drauf. Ja, ja. Und als Reittier habe ich hier einen Vogelmensch stehen, also richtig geschrieben. Ein Schlangenfresser habe ich noch in Klammern damals geschrieben. Kriege ich jetzt nicht so richtig zusammen. Vogelmensch, Schlangenfresser. Willensregungen ist das Ganter. Und das Negative ist natürlich die Angst und die Furcht. Also das absolut Lebende nicht zu handeln ist natürlich die Angst davor, was verkehrt machen zu würden. Diese Bewegungslosigkeit, also wirklich in die Aktivität zu gehen, auch keine Angst haben, Fehler zu machen oder wenn Umstände kommen, wo man am liebsten eigentlich immer weggeht. Die Tendenz immer ist, sich davor zu schützen. Jetzt erst recht. Nee, jetzt erst recht. Jetzt gehe ich direkt da rein. Ja. Und Mut und Entschlossenheit ist natürlich das, was es gilt. So, ja. Ja. Sitzen, kein Bock. Nee, jetzt erst recht. Ja. So, ich setze mich trotzdem hin. Was fällt dir noch ein? Was fällt mir noch ein dazu? Ich hatte zunächst gedacht, dass vielleicht die Faulheit ja auch was mit rein spielt, bevor du Angst gesagt hast. Weil die, das Gegenteil von Aktion ist ja, oh. Erstmal nix tun. Wobei gut, Angst könnte auch ein Auslöser davon sein, ne? Trägheit. Was fällt mir dazu ein? Das zehnte Ochsenbild hattest du schon beim letzten Mal genannt. Aber hier spielt es natürlich auch eine Rolle. Oder hier drückt es sich aus, ne? In dem Runterkommen auf den Marktplatz mit offenen Händen. Dasein für die anderen. Ich meine, da merkt man wieder, ne? Also alle, die jetzt wahrscheinlich auch zuschauen, merken, letztlich kommt man bei allen diesen Buddhas an derselben Stelle wieder raus, ne? Dasein für die anderen. Da haben wir auch über das Sendabha, ne? Gesprochene. Raum geben. Darüber hattest du gesprochen vor zwei, drei Wochen. Jemand von seiner Zeit, von seiner Energie schenken, für ihn Dasein, ne? Von Körper und Geist loslassen. Das bedeutet ja nicht nur, dass man auf dem Kissen stirbt, sondern auch im Umgang mit anderen, für die da ist, von sich gibt, von seiner Zeit gibt. Wobei du ja sagtest, ja, manchmal ist es vielleicht auch nötig zu sagen, jetzt brauche ich aber auch mal Zeit für mich selber. Ja. Jetzt ist Schichtwechsel, ne? Die Situation hatten wir auch schon einige Male, als wir zusammen im Wolkentor Sessions gemacht haben, ne? Dass es dann irgendwann hieß, jetzt ist aber auch mal Schichtwechsel, ne? Aber, oh, manchmal lohnt es sich, auch einen Schritt weiter zu machen, ne? Wenn man eigentlich schon Lust hätte, Feierabend zu machen, ne? Noch nochmal ans Telefon zu gehen, noch nochmal die Tür aufzumachen, weil jemand klopft, ne? Das habe ich in Anteil ja auch oft als, ja, mein persönliches Koan empfunden, ne? Weil oft hatte ich da keine Lust mehr dazu, ne? Ja, nochmal an die Tür zu gehen, wenn ich eigentlich schon reif war fürs Bett, aber dann wollte doch jemand nochmal eine Frage stellen, ne? Aber, oh. Im Doxan-Raum diese Antwort zu geben, wenn man weiß, okay, ich laufe jetzt da im Doxan-Raum rum, ne? Oder ich mache jetzt einen Purzelbaum, wenn der gefragt ist, ne? Ist einfach, ne? Aber das dann im Alltag zu praktizieren, das ist ja der Punkt, ne? Das ist irgendwie beides, ja. Also Abgrenzung, um auch wieder natürlich überhaupt eine Öffnung vollziehen zu können. Ich finde so die grüne Tara passt auch am besten zum heutigen Tag. Also, ähm, ich habe mal die Tara-Meditation, ich glaube, die kann man auch nachlesen für jeden, äh, der da Interesse hat. Äh, da geht's schon darum, om tare tutai tu hisoha, findet man auch, ist das Mantra, was man so auch echt singen kann. Ist echt was fürs Herz, wer da so veranlagt ist. Und da geht's in der Visualisierung darum, äh, dass man sich bedankt. Also, dass man an dem Platz, wo man grad ist, äh, sich bedankt und in dem Raum erst mal einfach Dankbarkeit empfindet. Dann holt man, äh, in der Meditation seine Familie dazu und schließt die ein. Das ist ja, am heutigen Tage praktizieren wir das ja so, ja, mit den Liebsten zusammen zu sein und dankbar zu sein und ja, man macht die Tür auch mal zu, man will jetzt nicht großartig, sondern man zieht sich zurück und so. Aber dann geht's in der Meditation weiter, man weitet dieses, ähm, dieses Heimliche und dieses Angekommensein aus über die Räume drüber hinweg. Also wirklich Mitgefühl, meinetwegen auf die Nachbarn, die unmittelbar neben dir sind und dann, äh, auf die Stadt oder auf das Dorf. So, und versucht wirklich, äh, dieses Gefühl auch dabei oder diese Empfindung auch lebendig werden zu lassen. Nicht nur so als Idee, als Abarbeiten von irgendeiner mentalen Mechanik, sondern du bist da drin. So, die Liebe, die auch beim Sitzen groß wird, wenn man merkt, ja, der Geist wird einfach offen und leer und weit und ist nicht zentriert auf seinen eigenen kleinen Kram, so. Und dann weitet man das aus auf dem Planeten und auf das Universum und so und findet sich trotzdem wieder da sitzend auf seiner Matte wieder, so. Das ist, äh, das ist ein schönes Bild, finde ich, so, auch für heute, für heiligabend, so. Also die Aktivität im Geist und dann natürlich sich auch was zu schenken. Ja, ja. Geben, Freudigkeit zu üben, so. Ich sag mal, dann wünsche ich euch auch, äh, gute Weihnachten und... Danke, danke, danke. Wir sind ja schon acht Stunden im Voraus, ne? Bei uns ist es schon dunkel, ne? Ach ja, ich seh schon. Ja. Ja. Wann ist das nächste Session bei dir? Ähm, im Januar. Nach Neujahr, oder wie? Okay, genau. Mitte Januar ist, ist ein Session. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Wochenende oder ein Fünftages-Session. Also, aber sind noch Plätze frei. Da sind noch ein paar Plätze frei, kann man gern kommen. Ja. Ähm, ich hab grad dran gedacht, lass uns doch vielleicht noch, äh, Neujahr noch ein Video machen, so. Einfach nochmal, um das neue Jahr segensreich, äh, für uns zu starten. Aber wir haben kein Buddha mehr, also wir haben alle Buddhas abgemüht. Dann nehmen wir den hinter dir, der ist nicht thematisiert, so. Aber ich glaub, der gehört eher so zur Amida-Familie, wie er da sitzt, so. Ach so, naja, mit den Händen vielleicht, ja. Ja, ne, denn, äh, ja, dann suchen wir uns noch einen aus. Oder wir nehmen ein anderes Thema. Ja, gute Idee. Also ein Neujahr. Ja, du bist ja sowieso so ein Freigeist. Das sieht man ja auch in deinen Videos. Einmal denkt man, okay, wenn man uns einschaltet, das ist jetzt so ein japanischer Reiseführer. Und dann denkt man wieder, das ist irgendwie jemand, der befasst sich mit Drogen, sowieso. Also ich bin da auch offen, wir können da irgendein Thema nehmen. Jetzt, aber ich hab nicht mehr über Chat-CPT gesprochen, seit du mich da irgendwie angemacht hast. Es wird Zeit. Wie ist das mit deiner Homepage? Die wird gerade renoviert, oder was? Ja, die wird vollkommen, da kommt eine völlig neue Homepage hin. Das ist ja so veraltet. Ach so. Denn ich meine, früher war ich da auch bei den Lehrern genannt und ich bin da irgendwie verschwunden, habe ich festgestellt. Du bist jetzt da weg. Das wird alles nochmal. Ich bin da weggemacht worden. Du kriegst eigene Bilder und so weiter. Aber wir machen nächstes Jahr wieder gemeinsam Session. Also für alle, die es nicht wissen. Die stehen auch im Internet schon drin, die kann man da auch sehen. Und da kann man sich auch anmelden. Und da stille buchen steht da, ganz eindeutig. Da sind die Termine drin und auch, da ist auch eine Terminliste auf einen Blick. Da sieht man die auch. Und in Mannheim sind wir auch gemeinsam. In Heilbronn, ja. Ah, Heilbronn. Heilbronn. Und im Felsentor, da freue ich mich besonders drauf. In der Schweiz. Das müsste jetzt mittlerweile auch auf der Webseite stehen. Ja, steht, glaube ich. Also wir machen mehrere Sessions zusammen. Dann. Okay. Und ja, dann sehen wir uns Neujahr wieder. Würde ich sagen. Wäre doch eine Idee. Ja, habt schöne Weihnachten und auch an die Zuschauer. Schöne Bescherung. Schöne Weihnachten. Ihr seht mich wahrscheinlich morgen wieder bei meinem Geschwurbel. Aber ihr seht mich mit Dirk dann an Neujahr wieder. Herzliche Grüße. Ja, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.